hallo freunde ist kein youtube sports grüße euch wer soll es anders sein oh ja virus genau und zwar ist jetzt eure kreativität gefragt inwiefern wenn ich da selber müsste da jetzt ein paar sauber ich habe eine verlosung für euch aber werde ich erst wenn ich bei 300 abonnenten dann verlose ich was frei raus das einzigste ihr müsst einfach mal den button drücken und ihr müsst in die kommentare schreiben ich mache bei der verlosung mit ich werde das dann auf schreiben und mir dann halt mal wenn ich die 300 abonnenten überschritten habe dann dieses gerät für euch wer es gewinnt keine ahnung schauen wir mal auf jeden fall ihr wollt ja wissen um was geht auf los geht's los genau eine samsung hier vr habe ich zu verlosen hier steht natürlich auch für welche handys vielleicht passt ja auch noch ein anderes handy da drauf ich weiß es nicht da ich nur ipc habe ihr kennt dies ist niedelnagel neu so nicht eingepackt ich habe es mal rausgeholt ich habe es einmal ausgetestet für mich ist das aber nichts ich habe da noch die schutzfolie halt drauf mir unschwer erkennen können ich habe einmal das mit den kabeln seht auch noch noch geknickt also ich habe es einmal ausprobiert ich habe da nicht so wirklich interesse daran also wenn euch das gefällt oder sagt geil für von der losung nehme ich das gerne bevor ich es bei ebay verkluppe da schenke ich soll lieber einem von euch treuren zuschauern oder einer der noch nicht zuschauer ist der jetzt gerade das eingeschaltet sagte geil mein kumpel hat mich weiterempfohlen cool gefällt mir ja dann weiß ja was du machen muss dein kumpel hat es ja bestimmt gesagt so ansonsten jetzt noch die beschreibung dabei ist wie gesagt wie gesagt nie gelang neu seitdem ich das handy hatte hatte ich das einmal ausprobiert und das war es dann gewesen so wenn jetzt interesse dran hast weißt du genau was du machen musst meine verlosung ab 300 abonnenten gehört irgendwann einem von euch also viel spaß und ciao mit v Auf Wiedersehen! 05-0 05-0 06-0 06-0